Hey Leute, mein Name ist Nico. Heute bin ich hier mit einem neuen Video. Nämlich habe ich mir heute überlegt, ob ich euch zeigen soll, was mein Ergebnis bei meinem Geburtsdatum ist. Mein Name heißt auch, mein Gedächtnis, einfach alle Sachen von mir. Fangen wir mal an. Also das Erste, mein Name ist Nikolaus, man kann mich auch Nico nennen. Ich bin jetzt neun Jahre alt und mein Gedächtnis ist es eigentlich, bei Rebecca zu wohnen. Ja, bei Rebecca Rügen. Ich habe es euch gesagt, bei Rebecca. Das ist meine Liebste, meine Beliebteste auf ganz YouTube, Gino. Und ja, sie ist halt die beste, sie hat auch halt einen Hund, den Fluffy. Und das ist so süß. Da kann man nicht nein sagen. Ja, also, das ist eigentlich echt cool. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, warum ich andere Haare habe, ich habe einen Haarschnitt gemacht lassen. Und das Schlimmste ist halt, dass ich, ich bin ja erst neun, ich kann jetzt Videos bearbeiten und super viele Dinge machen. Das ist so cool. Wer will es nicht haben? Das ist so cool, weil ich kann nicht widerstehen, wie cool das einfach nur ist. Ich habe Filmora und ja, damit kann ich jetzt Videos bearbeiten. Bevor ich weitermache, dieses Video wurde von Filmora gesponsert. Als Tipp. Dieses Video wurde von Filmora gesponsert, also ja, bitte nicht wundern. Mein Hund ignoriert einfach. Also, wenn euch das Video gefällt, einfach, ja, dann würde ich euch mal sagen, weil das Video schon so lange geht, würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten, oder? Also, ciao.